Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Tarierjacket informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele weitere wichtige Produktinformationen und Kauftipps. Wir starten direkt mit Tipp Nummer 1. Achtet darauf, wie viele Ringe ihr benötigt zur Befestigung von weiteren Ausrüstungssachen. Ganz wichtig, also was wollt ihr wirklich für euch mitnehmen, was benötigt ihr und habt ihr genügend Befestigungsmöglichkeiten. Das ist beim Tauchen natürlich ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer 2. Ist es auch möglich, mit der Jacke zwei Sauerstoffflaschen entsprechend mitzunehmen. Also gibt es eine Vorrichtung dafür oder plant ihr es ohnehin? Gerade wenn es ums Langzeittauchen geht, ist es natürlich notwendig, eine zweite optionale Flasche mit dabei zu haben, um den Sauerstoff entsprechend zu wechseln. Tipp Nummer 3. Achtet auf zusätzliche Ausstattungsmerkmale. Also neben den Befestigungen, was braucht die Jacke noch, was benötige ich noch für die Jacke. Das ist ganz, ganz individuell und lässt sich auch als Tipp gar nicht so beschreiben. Jeder weiß es für sich am besten, wer taucht. Auf jeden Fall darauf achten, dass ihr so viele Ausstattungsmöglichkeiten habt, dass ihr nachher unter Wasser auch bestens ausgestattet seid. Tipp Nummer 4. Welche Art von Jacke, also ADV, Wing oder Hybrid, das ist ein bisschen Geschmackssache immer, wo ich mich am meisten mit wohlfühle, was ich auch für mich am meisten irgendwo benötige. Da will ich auch gar nicht irgendwo eine klare Richtung vorgeben. Prüftet es für euch selbst und oder testet es auch einfach mal aus, damit ihr wirklich wisst, was für euch am besten und bequemsten ist. Und Tipp Nummer 5 sind auch Trimbleitaschen verfügbar. Also genügend Taschen, um Trimblei mit entsprechend anzusetzen, dass ihr natürlich auch entsprechend abtauchen könnt. Nicht zu vergessen, aber auch das ist immer eine Frage, wie tief, wie viel, individuell nur unbedingt vorher beim Kauf darauf achten. Weitere Informationen bekommt ihr unter www.sport-und-abenteuer.de. Besucht uns auf unserer YouTube-Seite unter Sport und Abenteuer. Abonniert uns und schaut euch noch viele weitere interessante Kaufratgeber-Videos an, rund ums Tauchen, rund ums Sport, rund ums Abenteuer. Und jetzt viel Spaß mit eurer Karrierjacket. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.